Der erste blaue Sieg im heurigen Superwahljahr ist eingefahren. Die Favoritenrolle von FPÖ-Chef Herbert Kickl für die Nationalratswahl im Herbst damit klar einzementiert. Die Freiheitlichen lagen in allen verfügbaren Umfragen zur EU-Wahl von Beginn an auf dem ersten Platz, brachten ihren Vorsprung erstmals auch bundesweit über die Ziellinie. Harald Wilimsky landete mit seinen Freiheitlichen zwar letztlich nicht bei den in Umfragen prognostizierten 27 Prozent, aber dennoch auf dem ersten Platz. Was das für die einzelnen Parteien bedeutet und wo ein Kanzlerduell eröffnet ist, habe ich, Sandra Beck, mit Krone-Innenpolitik-Redakteur Nico Frings analysiert. Sie hören Storyscanner, das Thema der Woche aus der Krone-Plus-Redaktion. Ein Podcast der Kronenzeitung. Nico, was bedeutet denn der blaue Wahlerfolg für die kommende Nationalratswahl? Schon einiges. Es war der erste bundesweite Triumph der FPÖ. Also das ist so gesehen schon historisch, wenngleich er eben nicht ganz so hoch ausgefallen ist, wie sich die Blauen das selbst gewünscht haben. Harald Wilimsky hat, glaube ich, gesagt, er will 30 Prozent erreichen. Das war laut den Umfragen, die es vorher gegeben hat, auch gar nicht einmal unrealistisch. Es sind dann deutlich weniger Prozent geworden. Nichtsdestotrotz ist es der erste Wahlsieg auf Bundesebene. Das ist, wie gesagt, historisch. Ich habe auch mit dem Generalsekretär der FPÖ reden können, mit Michael Schnedlitz am Montag. Und er hat gesagt, ja, sie sehen sich bestätigt. Sie wollen den Weg weitergehen. Und ja, sie werden da jetzt nichts ändern an ihrer Strategie mit Blick auf den Nationalratswahlkampf und auf die Wahl. Sie wollen nahe beim Volk sein. Das funktioniert ganz gut. Und ja, wichtig ist das Vertrauen der Bevölkerung, hat er mir gesagt, der direkte Draht dorthin. Sie sehen sich bestätigt und auf einem guten Weg. Ich wäre da skeptisch, weil man muss sich schon fragen, warum der Sieg letztlich nur so knapp war. Jetzt haben ja viele Politexperten gesagt, dass ja der Wahlkampf und allgemein die Themen eher themenzentriert waren, anstatt personenzentriert. Wie würdest du das tun denn sagen? Wo ist da der Zusammenhang oder womit begründest du den Wahlerfolg der Blauen? Ja, einfach mit der Themenlage. Das, glaube ich, ist wirklich so zu sehen. Man muss sich vergegenwärtigen. Die letzte Periode oder die aktuelle Periode hat eben begonnen mit Green Deal etc. Alles stand irgendwie im Zeichen des Klimawandels. Und sie hat ganz anders geendet, als sie angefangen hat. Eine Pandemie kam dazwischen, eine unfassbare Wirtschaftskrise, eine Teuerungswelle. Debatten über das Verbrennerverbot, das eigentlich ein elementarer Bestandteil dieses Green Deals war. Also ich glaube schon, dass die Themenlage einfach den rechten Parteien massiv in die Hände gespielt hat. Auch wenn der von vielen im Vorfeld erwartete Rechtsruck letztlich dann gar nicht so eindeutig ausgefallen ist. Kannst du kurz einen Überblick geben, wie Österreich eigentlich allgemein gewählt hat? Also welche Partei hat welche Stimme an andere zum Beispiel verloren? Kann ich natürlich. Es gibt schon etwas, was sich durchzieht und für die EU-Wahlen relativ typisch ist. Es hatten alle Parteien ziemliche Probleme zu mobilisieren. Das mag vielleicht auch an den Spitzenkandidaten gelegen haben, aber die ÖVP zum Beispiel und die SPÖ, beide trifft es eigentlich massiv, haben es nicht geschafft, viele ihrer eigentlichen Stammwähler zu überzeugen, zur Wahl zu gehen. Und das hat bei der ÖVP im Finish, glaube ich, besser funktioniert als während der meisten Zeit des Wahlkampfs. Kann man auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also sie haben zumindest uns ein, zwei Tage vor der EU-Wahl alle wissen lassen, boah, das wird so ein miserables Ergebnis und es wird wirklich schrecklich und so weiter. Und haben das auch den eigenen Leuten gegenüber kommuniziert, was natürlich irrsinnig schlau ist, weil man damit mobilisiert und zumindest die eigenen Leute sagt, na okay, okay, ich muss quasi aus Mitleid unter anderem die ÖVP wählen, damit es nicht ganz so arg wird und keine Ahnung was. Das kennen wir auch aus Deutschland übrigens, dieses Phänomen, das hat dort die CDU schon ein paar Mal über die Bild-Zeitung dann quasi gespielt. Wir werden so durchrasseln und so weiter und man mobilisiert natürlich damit. Ich glaube, das haben wir bei der ÖVP auch gesehen, das hat ihnen letztlich ein viel weniger schlechtes Ergebnis eingebracht, als es dann war. Es war trotzdem ein historisches Minus. Ja, aber es war zumindest im Rahmen und sie haben dann versucht, halt den Spin zu drehen und sich jetzt wieder ins Kanzlertory zu schreiben. Prinzipiell hätten alle Parteien, glaube ich, mehr mobilisieren können und vor allem die SPÖ muss sich aber meiner Meinung nach schon fragen, wenn die ÖVP fast zehn Prozent verliert, warum sie es nicht schafft, da wirklich elementar an Wählern zu gewinnen, an einer Partei, die ja, wenn man vom politischen Links-Rechts-Spiel ausgeht, die ja neben ihr steht. Und wenn man links neben die SPÖ schaut, dann gibt es da ja auch die Grünen. Über die Kandidatin Lena Schilling ist ja genug gesprochen und geschrieben worden. Auch da muss sich die SPÖ massiv fragen, warum es nicht gelungen ist, mehr Wähler da abzuziehen. Das ist eigentlich der wahre Verlierer der Wahl, die SPÖ. Würdest du denn eigentlich sagen, dass jetzt aufgrund von der vorangegangenen Krisen dieses Wahlergebnis zustande gekommen ist? Ja, ja, glaube ich schon. Also das habe ich auch vorher versucht darzustellen. Ich glaube, dass einfach die Themenlage, dieses generelle nicht sehr wirklich optimistisch in die Zukunft schauende schon das einfach ist, was den rechten Parteien geholfen hat, wenngleich der Rechtsruck eben nicht ganz so arg ausgefallen ist. Aber es ist schon, es waren einfach irrsinnig viele Negativ-Schlagzeilen. Ich muss ja nur an meine, mich selbst daran zurückerinnern, was ich die letzten Jahre so geschrieben habe. Also es gab viel mehr Negatives als Positives und es hilft natürlich Parteien, die nicht in Regierungsverantwortung stehen, sondern einfache Erklärungen auf sehr komplexe Themen bieten können. Und das machen die rechten Parteien eben besser oder öfter zumindest. Weil du es jetzt eh gerade schon angesprochen hast, laut dem Polit-Experten oder Polit-Analysten Peter Pleikner hat er das blaue Erfolgsgeheimnis ja auch mit der freiheitlichen Kommunikationsstrategie zu tun. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel die jungen Wähler und Wählerinnen anschauen, weil die haben ja zum Beispiel in Deutschland jetzt erstmals mitwählen dürfen ab 16. Gleichzeitig sind diese ja die klare Zielgruppe der Rechten. Wie jetzt auch zum Beispiel auf TikTok sich auch zeigt, das ist ja auch offenbar ein Erfolg. Diese Strategie zeigt sich jetzt auch gerne in Österreich. Unter eben diesen jungen Wählenden zeigt sich ja ganz klar, die Rechten erreichen diese offenbar. Wo siehst du denn hier den Zusammenhang? In eben diesen Kommunikationskanälen. Das ist wirklich so. Ich glaube, wir zwei haben das auch schon einmal besprochen hier in diesem Studio. Ich glaube, es ist wirklich ein Erfolgsgeheimnis der FPÖ, dass sie vor mehr als zehn Jahren mittlerweile wirklich ganz stark auf Social Media gesetzt haben, dass sie da eigene Kanäle entwickelt haben, eigene FPÖ-TV, einen eigenen Fernsehsender. Und das ist eben wirklich ein Vorteil, auch wenn man da ein bisschen gegen das eigene Geschäft redet jetzt. Aber das ist wirklich so. Das hat sich ab dem Jahr 2010, der Herbert Kickl, muss man auch sagen, der das schon auch erkannt hat, das muss man ihm lassen, wurde das sukzessive aufgebaut und viel besser aufgebaut als bei allen anderen Parteien. Und das hilft den Freiheitlichen natürlich massiv dabei, die eigenen Leute abzuholen und mit den Themen und Botschaften zu erreichen, die man ihnen noch zusenden will. Das können die anderen Parteien, die da jetzt versuchen langsam aufzuholen, bei weitem nicht so gut. Und ja, das sieht man vor allem auch, wenn er recht mal über Social Media junge Leute natürlich. Ja, ich glaube, dass man das bei der Nationalratswahl wahrscheinlich noch viel stärker sehen wird. Also würdest du denn auch meinen, dass dann die anderen Parteien das eigentlich versäumt haben? Also, dass sie dann da die junge Zielgruppe über Social Media und so weiter ansprechen? Weil ich meine zum Beispiel Lena Schilling und die Grünen, die haben ja eigentlich eine, also haben ja auch eigentlich eine Wahlkampagne gestartet, die ja wirklich zielgerichtet an die Jungen war. Oder war das dann eigentlich eher verpatzt, eigentlich selber wegen der ganzen Causa Schilling? Ich muss schon sagen, ich glaube, die Lena Schilling und die Grünen haben es da ganz gut gemacht. Die wissen natürlich auch, dass sie da den Gegenpol auch erreichen in sozialen Netzwerken. Da ist die Polarisierung einfach viel massiver. Ich glaube, Verluste waren ohnehin vorprogrammiert. Und ich glaube, der Social Media Wahlkampf der Grünen, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie alt der Herr Weiz ist, aber es waren trotzdem vornehmig junge Gesichter zu sehen in den Spots und in den Instagram-Stories der Frau Schilling. Generell lässt sich nur sagen, ich glaube, es macht reichweitenmäßig in Österreich niemand so gut wie die Freiheitlichen. Wenn Heinz-Christian Strache noch Parteichef wäre, wir erinnern uns ein paar Jahre zurück, der hatte, ich glaube, die stärkste Facebook-Seite Österreichs, zumindest unter den Politikern und alles, was da in dem Spektrum so aufscheint. Also das ist schon ein Erfolgsgeheimnis. Kanzler Lehammer hat sich jetzt ja auch selbst eingestanden, dass offenbar eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung gegenüber der Politik herrscht. Wie möchte denn die ÖVP zurück auf Kurs kommen? Also es war ein wirklich schlechtes Ergebnis. Das muss man einfach so sagen, es war wirklich, wirklich ein schlechtes Ergebnis. So stolze Europapartei. Die ÖVP hat ja auch wirklich Strukturen in Brüssel aufgebaut. Ich weiß, dass ich war selber oft dort. Ja, und ist jetzt nicht mehr die Europapartei in Österreich. Und das muss wehtun, auch wenn man darüber in der ÖVP jetzt wahrscheinlich nicht so gerne spricht. Bisschen Glück im Unglück war es wahrscheinlich letzten Endes. Er kann jetzt schon glaubhaft sagen, er startet ein Duell gegen Herbert Kickl. Ob er das gewinnen kann, ob er da wirklich hinschnuppern kann, werden wir sehen. Da möchte ich jetzt gar nicht mich zu weit rauslehnen. Ich glaube, die Partei intern hat ihm auf jeden Fall geholfen, dass das Ergebnis gar nicht so unfassbar schlecht ausgefallen ist, sondern nur sehr schlecht. Kämpfernatur Andi Babler will ja trotz des eigentlich schmerzhaften Ergebnisses nicht aufgeben und sieht sich nach wie vor Chancen auf Platz 1 in der bevorstehenden Nationalratswahl. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie soll das gelingen? Ich glaube, die Chancen räumt er sich ein, aber ich glaube, sehr viele andere findet man da nicht mehr, die ihm die Chance wirklich einräumen. Das ist nämlich nicht einmal in der eigenen Partei so. Montag ist Hans-Peter Doskozil ausgerückt und hat dann schon gesagt, na, viel Spaß bei der Nationalratswahl und wenn wir sagen, das war gar nicht so schlecht und so weiter, dann wird das nichts. Und hat eigentlich die nächste Obmann-Debatte innerhalb der SPÖ schon wieder eröffnet und angekündigt für die Zeit nach der Nationalratswahl. Also ich glaube, die Meinung, dass er da wirklich Kanzler werden kann, die hat Andi Babler relativ exklusiv. Die SPÖ ist, das kann man glaube ich durchaus so sehen, einer der, wenn nicht der, echte Verlierer dieser EU-Wahl. Man hat es nicht geschafft, von anderen Parteien wirklich elementar Stimmen dazuzuholen und man hat es auch nicht geschafft, die eigenen zu mobilisieren. Man muss auch sagen, Andreas Babler, auch das haben wir schon einmal ausführlicher besprochen, aber Andreas Babler hatte durch die Umstände, wie er SPÖ-Chef geworden ist. Natürlich schon einmal nicht den Rückenwind und nicht diesen jedem Anfang wohnt ein Zauber inne Effekt. Aber was er bis jetzt zumindest doch hatte ist, okay, der Andi, den haben irgendwie alle unterschätzt. Man hat ja auch nicht irgendwie gedacht, dass er das überhaupt gewinnen kann, das Duell. Und davor schon, ich komme ja aus Niederösterreich, ich habe ihn ja auch beobachtet bei der Landtagswahl, da war er eigentlich noch am letzten Platz und hat dann einen Vorzugstimmenwahlkampf gestartet und hat es dann geschafft und die zweitmeisten Vorzugstimmen geholt und so weiter. Auch in Dreiskirchen hat er ja nicht nur ins gemachte Nest gekommen. Also Babler hat schon zumindest aber so ein Gefühl verkörpern können oder etwas vorleben können. Man traut es ihm nicht zu, aber am Ende schafft er es doch immer. Und jetzt war die erste bundesweite Bewährungsprobe da. Die ist absolut nach hinten losgegangen, das hat wirklich nicht funktioniert. Die SPÖ ist erstmalig bei einer bundesweiten Wahl auf Platz drei. Und ja, innerhalb der Partei hat man dann versucht, das irgendwie schön zu reden und zu kalmieren. Aber ich glaube, die kritischen Kräfte, die ja ohnehin immer da waren, man muss sich ja vergegenwärtigen, fast 50 Prozent der SPÖ wollten Andy Babler auch nicht. Und ich glaube, die werden jetzt ganz genau hinschauen und die werden sich auch das Ergebnis der Nationalratswahl ganz genau anschauen und dann wird man weiter sehen. Aber ich glaube, die SPÖ wird es nicht leicht haben im Herbst. Kannst du mal eine kurze Prognose geben, wie denn das Ergebnis im September ausfallen wird? Also ich meine, ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierig, aber sollte jetzt die FPÖ wirklich gewinnen jetzt für unsere Hörer und Hörerinnen. Wie könnte das dann aussehen? Weil einige Parteien haben sich ja ganz klar geäußert, dass sie mit Herbert Kickl an der Spitze nicht koalieren werden. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich fast unmöglich, dass man das prognostiziert. Wir haben ein paar Szenarien, die denkmöglich und auch gar nicht unwahrscheinlich sind. Das sind Dreierkonstellationen mit, da wäre sicherlich die naheliegendste derzeit ÖVP, SPÖ, NEOS. Kanzler Karl Nehammer ist gestärkt, er schließt Herbert Kickl ziemlich glaubhaft aus, muss man sagen. Dann bleibt ihm eigentlich nur das, davon ausgehend, dass die FPÖ Herbert Kickl nicht, auf gut Deutsch gesagt, ausageln wird. Davon gehe ich nämlich nicht aus, dass sie das tun wird. Geht sonst auch niemand. Also diese Dreierkonstellation, die ist schon gar nicht unwahrscheinlich. Ich glaube auch, dass die NEOS und die NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger das unter An- und Abstrichen recht billig machen würden, weil die NEOS jetzt natürlich bei der EU-Wahl schon zumindest aufgetrumpft haben, ein kleines bisschen. Aber davor gab es etliche schmerzhafte Niederlagen für die Pinken. Salzburg, Innsbruck etc. Und ich glaube, die NEOS müssten einfach in diese Koalition hinein. Die müssten den Fuß in die Tür kriegen und einmal was anderes machen als relativ solide Oppositionsarbeit. Also ich glaube, dass man sich da finden würde. Es gibt auch Vorgespräche, über die wir schon berichtet haben, die absolut stattfinden zwischen, um es vorsichtig zu formulieren, älteren Parteikranten, ähm, zwischen dem Roten und dem Schwarzen Lager. Also die treffen sich regelmäßig in Wiener Palais und machen da schon, na, und ihr das und wer das und so weiter. Also das findet alles statt. Aber ob es dann so kommt, ist absolut offen. Es ist absolut offen. Kann wirklich ein enges Rennen werden zwischen Nehammer und Herbert Kickl. Das ist zumindest im Bereich des Möglichen. Die Favoritenrolle ist einzementiert und klar bei Herbert Kickl. Aber ja, mal sehen, was noch passiert. Ich glaube, es wird ein enges Rennen schwarz-blau, blau-schwarz. Ganz ausschließen würde ich es auch nicht. Man muss schon sehen, die ÖVP wird wieder massiv verlieren, egal wie gut oder wenig schlecht das Ergebnis ist. Sie wird wieder massiv verlieren. Und ich glaube auch, dass es Landeshauptleute in Österreich gibt, die jetzt schon massiv davor warnen, so ein Dreierbündnis einzugehen, weil man eben in Deutschland sieht, wie schwierig das ist, wie realpolitisch unfassbar kompliziert es ist, das umzusetzen. Darum gibt es da schon den ein oder anderen Landeshauptmann in Österreich, der da parteiintern jetzt da schon davor warnt. Und ja, deswegen wird das sehr spannend. Mir fehlt noch ein bisschen die Fantasie, wie das dann funktionieren soll. Vielleicht unter einem neuen ÖVP-Chef, dass der dann mit Herbert Kickl koalieren würde. Das haben aber alle, die dafür genannt wurden. Fast alle. Jetzt schon Herbert Kickl eigentlich ausgeschlossen. Also das wird kommunikativ auch nicht so einfach, wenngleich wahrscheinlich die Zweier-Koalition ganz sicher die einfachere Art und Weise wäre, zu regieren. Bleibt ja auch relativ spannend, jetzt auch zwecks dem Wahlprogramm von der FPÖ, weil jetzt ja auch viele Politexperten ja auch schon gesagt haben, dass wenn die FPÖ dann auch mal wirklich an der Macht war, dass sie sich dann auch teilweise mal selber ins Ausgeschossen haben. Absolut. Aber wenn man eines sagen muss, was für Blau-Schwarz oder Schwarz-Blau spricht, dann sind es die Inhalte. Das muss man einfach so sagen. Ich habe schon einmal gesagt, ich komme aus Niederösterreich, wo bekanntlich jetzt auch schwarz-blau regiert wird. Da hat man auch gestaunt darüber, wie schnell die Verhandlungen da gelaufen sind und wie schnell man sich da einig war. Es gibt inhaltlich irrsinnig viele Überschneidungen in beiden Lagern. Die FPÖ bespielt die spielentscheidenden Themen wie Migration und so weiter halt schon ein bisschen länger glaubwürdiger als die ÖVP. Das hilft, muss man sagen. Aber da muss man schon deutlich sehen. Also inhaltlich gibt es zwischen der ÖVP und der FPÖ absolut genügend Überschneidungen, dass das ganz schnell gehen könnte und dass da nicht einmal oder noch in diesem Jahr vielleicht sogar irgendwie sich die treffen könnten. Ich glaube, das ist sicherlich einer der Punkte, die absolut dafür sprechen. Ja, noch eine kurze Abschlussfrage. Nach der Wahl ist ja bekanntlich vor der Wahl. Wie schmutzig wird der nächste Wahlkampf? Deiner Meinung nach? Ja, ich glaube, dass der Nationalratswahlkampf eigentlich schon begonnen hat und der EU-Wahlkampf so ein bisschen parallel gelaufen ist. Ich bin in beiden U-Ausschüssen gesessen und ich kann berichten, dass da nicht gerade zimperlich zugegangen ist. Wir haben ja viel berichtet auch darüber. Und ich glaube, so die letzten Wochen und Monate haben da schon gezeigt, wohin die Reise geht. Allerdings, und das muss ich auch sagen, ist jetzt halt auch relativ viel Pulver schon verschossen worden. U-Ausschuss ist immer so eine Blackbox. Es gibt ein Thema und man kriegt irrsinnig viele Akten und dann schaut man, was dabei rauskommt. Und Stichwort Ideenschmiede bei Herbert Kickl zum Beispiel. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das noch einmal aufgewehrt werden soll. Das Thema gab es. Herbert Kickl hat einmal dazu ausgesagt im U-Ausschuss. Es gibt da keinerlei neue Indizien für neue Entwicklungen. Ich glaube, es ist relativ viel Pulver verschossen. Ein bisschen, was eben sich die Parteien natürlich auch auf. Und jetzt wird es spannend zu beobachten sein, wann sie dieses Pulver verschießen, weil von Anfang Juli bis Mitte August ist man einmal auf Urlaub, dann ist man einmal weg. Dann will man nur wissen, ob es 30 oder 37 Grad hat und wer Europameister geworden ist und wer Wimbledon gewinnt und vielleicht noch die US Open. Aber das ist dann relativ wurscht. Und ich glaube, dass wir dann wirklich ab Mitte, Ende August bis Ende September einen intensiven Wahlkampf erleben werden, der sicherlich sehr schmutzig wird. Oder ich könnte mir vorstellen, ohne es zu wissen natürlich, ich könnte mir vorstellen, dass viel Pulver schon während der U-Ausschüsse verschossen wurde. Die großen Skandale bahnen sich zumindest vorerst noch nicht an. Ja, danke Nico, dass du heute da warst und für deine Einschätzung. Sehr gern. Rechte Parteien haben bei der Europawahl in mehreren Ländern große Erfolge erzielt. In Frankreich führten rechte Erfolge sogar zu einem politischen Eklat. Präsident Macron kündigte für Ende Juni vorgezogene Neuwahlen an. Denn die Partei Rassemblement National von Marine Le Pen gewann recht deutlich. Doch ist es so, proeuropäische Parteien bleiben klar in der Überzahl, wie ein Blick in die Länder zeigt. Sieger der Europawahl ist das Mitte-Rechts-Bündnis EVP mit der deutschen Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen. Entgegen dem EU-Trend verlieren rechte Parteien in Schweden und Finnland an Stimmen. Grüne und Linke verbuchen Zugewinne. In der heutigen Podcast-Folge habe ich mit Krone-Innenpolitik-Redakteur Nico Frings gesprochen. Wenn Sie unsere Arbeit informativ und interessant finden, würden wir uns freuen, wenn Sie uns mit einem Abo auf krone.at slash Abo unterstützen würden. Wir freuen uns auch über Ihre Meinung zu diesem Podcast an kroneplus.at. Kommen Sie gut durch die Woche und bis nächste Woche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017